Willkommen zurück zu The Blackwell Deception. Wir haben Jeremy und seinen alten Arbeitskollegen angetroffen und er ist, äh, tot. Dementsprechend, wir haben Sachen gesammelt und verfolgen so ein bisschen, scheinbar eine Spur, Fragezeichen. Wir werden jetzt erst mal Penelope Haynes besuchen. Ja, Penelope Haynes. Ich bin Madison Haynes. Penelope ist meine Mutterinlaue. Kann ich dir helfen? Sie hat eine Besitzung von einem Reporter nicht zu lange ago. Ein Jeremy Sams von The City Post. Oh, du bist mit ihnen. Komm in. Das ist echt? Sorry, aber du bist aus Glück. Sie ist hier nicht mehr. Äh, wo ist sie? Wo ging sie? Wo kann sie sich umgehen. Sie ist ziemlich älterlich. Eine schönere Frau, aber braucht viel nachzudenken. Wie kannst du sehen, wir haben nur ein Kind. Ich kann nicht nachzudenken, beide. Ich kann nicht nachzudenken. Nicht, wenn ich wollte meine Gesundheit. So, sie ist in einem Krankenhaus? An Assistent-Liveau-Center, ja. Äh, wo ist sie? Können Sie mir erzählen, was sie ist in? Ich glaube nicht, das ist eine gute Idee. Wenn deine Freundin von der報ie kamen, sie wurde ziemlich agitiert. Sie war immer ein bisschen unstable, aber sie wurde viel schlimmer. Ich weiß nicht, was du willst mit ihr, aber ich glaube, dass ich dich nicht erzähle, wo sie ist. Ach, großartig. Was hat Jeremy mit Manelope gesprochen? Du wirst nicht wissen? Du bist nicht von der報ie, auch nicht? Nicht genau. Jeremy ist, äh, ill. Ich folge auf seine Interviews, versuchen, zu lernen, was er hat. Ich verstehe. Also, ich weiß nicht, was sie darüber gesprochen haben. Er hat sie in ihrem Büro gesprochen, in ihrem Büro, gerade da oben. Das ist ein süßes Kind, der du da hast. Danke. Sein Name ist Chris. Er ist jetzt etwa acht Monate alt. Er ist ein bisschen Terror, aber er ist meine. Okay. Well, danke für den Chat. Ich werde wieder zurück, um zu folgen. Ich habe wirklich nichts anderes, was dir zu erzählen, aber tschüss. Nicht einfach rausgehen. Komm on. Ah, sehr gut. Hey, das ist leider nichts. Ich habe immer gefragt, was die Leute diese Dinge collectiert haben. Amustat. Okay, wir können hier einfach munter weitergehen. Pendant, Closet, Lamp, Broschure. Okay, die Broschure ist womöglich wichtig. Es ist eine Broschure. Es sieht aus, wie es für ein Nürzungshof ist. Das Ort heißt, Siegroom-Assisted-Living. Und es hat eine Branche, unten auf Ost 33. Tadaa, das war einfach. Das war einfach. Ja, das erzählt ihr. So ein Glück. Okay, wir wissen also, wem das gehört. Okay, das kennen wir auch schon. Hm, okay. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ich würde sagen können, dass du das irgendwie manipulieren kannst. Soll ich die Tür auch noch gehen? Insanterweise schon. Okay, wie groß ist das Apartment? Das Ding sieht sehr freaky aus. Folgst du mir? Oh, come on. Ich hatte gehofft, dass hier vielleicht noch ein bisschen mehr passiert. Hey, Frau. Nein, sie kann mich nicht hören. Ach ja, richtig. Ich wollte eigentlich nur testen. Okay, also wir können das Baby bewegen. Das soll zu, denke ich mal, irgendwas führen. Und wir haben hier den Thermostat auch noch hervorgehoben bekommen. Was haben... Was haben... Okay. I don't know. Okay, ich behaupte mal, wir sollen da jetzt aktuell noch nichts mit rausbekommen. Just a light switch. Also, kümmern wir uns erst mal um die andere Sache. Ich habe herausgefunden, wo sie die alte Frau stasht. Es ist ein Ort, der sich an Seagram. Hast du die Anrufe bekommen? Natürlich habe ich es. Und es ist ein Ort, der sich an der anderen Seite befindet. Ich bin nicht erinnern, dass sie das so hervorgehoben worden ist. Denn... Ja, in der Vergangenheit... Häufig genug Situationen, wo sie das einfach nicht weiter besprochen haben. Weil man davon ausgeht, dass das einfach... passieren... würde. Oh no, jetzt muss ich da jetzt mal wieder reinkommen. No, ho, 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 ho. Eine Liste von Doktor, die wir auf Telefon haben. Ich kenne mich nicht. Okay, du sollst eigentlich eh nicht hier dran sein. Sieht so aus wie ein paar Bücher für die Krankenhaus. Was anderes? Oh, nice, was hast du genommen. Es ist eine Brossure für die Seagram-Nursing-Homme. Es hat eine große Hälfte in es. Ich glaube, für die Hälfte. Äh, ja, okay. Und was würde ich mit dem genau machen? Lock. Sieht so aus wie eine Liste von Doktor, die auf Telefon sind. Keine Ahnung, die Namen sind nicht bekannt. Das ist also nicht relevant. Ich denke, diese sind Irise. Sie riechen wirklich gut, das ist sicher. Blumen riechen? Okay. Es ist der Lobby-Phone. Okay, wir müssen also irgendwann da ein Loch reinmachen. Ich glaube, sie ist die Nürze auf Telefon. So, drissen wir trotzdem ganz kurz. Nicht viel, was ich da tun kann. Alles klar. Hi, ist das Seagram-Assisted-Living-Homme? Du hast den richtigen Platz. Was kann ich für dich tun? Ähm, schauen wir mal ganz kurz mit dem unteren. Könntest du mir ein bisschen über dieses Platz erzählen? Well, wenn du mein Meinung bist, das ist einer der besten Assisted-Living-Centers in New York. Aber du willst nicht ein PR spiel, ich bin sicher. Wenn du interessiert hast, gehst du eine unserer Bücher über da. Ich gucke für eine Penelope Haynes. Sie bleibt hier? Frau Haynes? Sie spendet ihr Zeit in der kommunalen Bereich, die meisten Tage. Es ist auf dem zweiten Flüge, du kannst es nicht missen. Danke. Oh, Moment, da war noch was. Okay. Du kommst doch eh nicht mehr hoch. Da, da, da. Es sind nur Besucher. Ah, ja. So, gucken wir mal. So, ganz kurz ist hier irgendwas sonst relevantes. Ja, okay. Ich bin nicht hier, um TV zu sehen. Ich glaube, das ist Penelope Haynes. An olden Mann. Er ist einfach aus der Winde. Penelope Haynes? Oh, Madison. Well, this is a surprise. No, I'm not Madison. You're not. Oh, yes. Sorry, I should have known. Your aura carries a whiff of her essence. I got confused. Huh. You said something about an aura? I could see it a mile away. Your aura, my dear. It's been infected. By her. Her? The woman who calls herself my daughter-in-law. Bits of her essence have infected your aura like vile worms. Really? No, not really. Don't fall for this. She smells Madison's perfume. I don't have a nose and I could tell she was swimming in it. Madison is a spiritual viper. Okay. You think Madison is a spiritual viper? The energy. Energy flows into her but doesn't come out. She just cares for material wealth and nothing for her fellow human beings. She's corrupted my son and it's too late for him. But me, I got out. Lucky escape. Yeah. I was told Jeremy Sams came to talk to you. Oh, that young man? So keen. So interested. He believed. Or he wanted to. He's on his way now, I think. I sent him there. To his death. Where did you send Jeremy? To the next phase, of course. Oh, boy. The next phase? There are many worlds. But we have work to do in this one. I... I'm afraid I don't understand. I killed him. There, there. You're not supposed to. Oh, boy. What did you and Jeremy speak about? My work, the universe. And my work within the universe. So many people. So many lost. I'm quite important, you know. Of course, you're important. You see, where you're right. What kind of work do you do? I meditate. I think I exist. Wow. Really? What more is there? Important, VIP. Do you know, Jeremy is dead? What? What are you talking about? Jeremy is dead. He was killed a few days ago. What? Oh. Oh. That is funny. Pardon? Me going on about sending him on his way to the next world. What you must think of me. Don't worry about it. I sometimes forget that I operate on a higher plane than most people. Still can't be helped. Don't worry about the boy. He has rejoined the universe. Well, thanks for your time, Mrs. Haynes. Oh, it's been a pleasure. Stop by anytime. Okay, we have the Mrs. Kyrie Irving. Good job. Oh. I don't think she'd want that. Okay, I have it. I don't think she'd want that. Looks like a ball of yarn. Do it us. Okay, Joey, it's your time. Time to get blowy. I don't know. Don't care. Ähm. Yeah, crazy old broad. Some old broad. Look at that sad sack. Dying young has one thing going forward at least. I'll never end up like him. Ja, true, 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 true. Kannst du irgendwas sagen? Hello? Can you hear me? Nothing. Right. Ähm. Ich würde mal sagen, das hat dir nicht allzu sehr weitergeholfen. Warum zum Glück habe ich eine Broschüre eingesammelt? It's a brochure, but it's got a big hole punched in it. It's a laminated press pass. It seems to be exposed. Also damit würde man vermutlich irgendjemanden beeindrucken, der nicht darauf achtet, dass der abgelaufen ist. Wow, the residents here get the star treatment. Not bad. I guess retirement is not such a bad gig after all. Äh, I don't know. Wenn ich nur um... ...ans Fenster geschoben werde und dann da für Stunden rausgucken muss, sieht das vermutlich dann doch immer ein bisschen anders aus. Does this belong to anybody? Nobody I know. Help yourself. Joink. Okay. Okay, wir haben die jetzt besucht. Die hat im Endeffekt nur Blödsinn gelabert. Weißt du was, ich rede die nochmal an. Joey, geh mal aus dem Weg. Mrs. Haynes. Oh, es ist du. Well, danke für deine Zeit. Oh, es ist... Au, wir reden so überhaupt nicht mehr mit der. Okay, dann... ...zurück zu Jeremy. Jeremy. Jo... ...Joy. Joey. Is that you? Huh? Are you... ...talking to me? Hello? Anybody there? Joey. Yeah, that's my name. Do I know you? I'm afraid he does that sometimes. Talks to people who aren't there. Or perhaps they are. He sees the world through different eyes. Oh, for crying out loud. Shut up. Joey. Why? Why did you do it? Are you... No. Not you. Get the elevator red. We're leaving. Joey. You really want to have this conversation here? Get the damn elevator. Okay. So were you going to tell me? What? Who was that guy? Maybe nobody. Maybe somebody. I don't know. You don't know. No, I don't. There's something to say, I'll say it. Until then we got a spook to sort. Okay. Nicht so ein bisschen nachher, dass es jemanden umgebracht. Auch interessant hier, so der Grafikste, denn das ist definitiv nicht der gleiche wie dieser hier. Hier ist niemand mehr. Ich habe überhaupt keinen Plan, warum ich jetzt hier Sachen dieser Art einsammeln durfte. Wir werden da nochmal irgendwann hingehen dürfen, aber ich habe jetzt hier nicht so den nächsten logischen Punkt, warum. Ich meine, wir gehen ganz gerne mal hier nochmal hin. Das ist so der Einzige, wo ich sagen würde, wir berichten, was wir jetzt hier miterlebt haben. Natürlich wird's. Äh, hä? Ich denke, Jeremy hätte damit lernen können, dass er da ist. Ich kann das hier nochmal andrehen. Ich denke, Jeremy... Okay, also das soll er nicht wissen. Ja, great. Ich denke, Jeremy... Ich probiere es. Vielleicht hat er ja irgendwie eine Katze in sich. Jeremy? Ja. Das hat mir nicht geholfen, mit ihm nochmal zu reden. Ich dachte jetzt hier so ein bisschen, der würde das Nächste irgendwie anstoßen. Genau. Okay, gehen wir in die nächste logische Sache und gehen nochmal hier vorbei. Oh, wow. Huh? Let me tell you something about my mother-in-law. She's rich and she's needy. People like her are easy prey for people like him. People like who? People like Gavin. Huh? What did this Gavin do? He brainwashed her as what he did. He made her hate us. He told her we were phony and superficial. Okay, we're well off. I can't deny that. But the thing she said? She changed her will. Penelope, can you believe that? She left everything to Gavin. Even my husband couldn't look at her anymore. So, we sent her away. Okay. Was it a lot of money? Who cares about the money? The money isn't the point. She turned her back on her family. Her son. Her new grandchild. Just because some cult leader told her to. You sticked by your family. That's just what you do. Eh, vielleicht nicht immer, aber ich verstehe, was she meint. So you put Penelope into a nursing home after she changed her will? I know, I know. We're horrible, ungrateful people. Don't think we don't feel guilty about it. But she was impossible to live with. And we have a son to raise. I even gave her a key and I told her she could visit whenever she liked. Not that she would. She denies we ever gave it to her. Even though it's lying in her room for everyone to see. Well, I better get going. Goodbye then. Oh, okay. Ja, I guess. Ich würde mir irgendwie erhoffen, dass sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr zieht. Okay, also sie hat da einen Schlüssel. Vermutlich nicht hier. Wir wissen nur, dass wir dann irgendwann dieses Pendant kriegen müssen. Das ist Wicht. Ja, ja. Eine Art grüne Trinket. Du kannst ja leider hier sonst nichts machen. Ich meine, ich kann gerne mal mit dem Kind spielen. So, Kind, was ist das Knie? Ich liebe die Idee, aber ich bin nicht... Was ist das, wenn ich hier reingehe? Ich schwöre, Chris. Du hast eine Knie, die schwerer als dein Vater. Hä? Später war überhin Miss. Sehr schön. Ähm. Ich habe dafür in der Chiefman bekommen. Ist das der reine Witz, warum man das machen kann? Hm. Okay. Wir wissen also jetzt, da ist theoretisch... Kannst du dich Tai irgendwie anfassen? Not yet. Aber das ist noch ein paar Mal mehr und dann sieht das gleich anders aus. Können wir uns irgendwie hochmogeln? Auch nicht du. Wenn es schön ist, dass ich das Spiel das merke. Aber... Es ist halt nicht so häufig nutzbar. Okay, gucken wir mal, ob wir da wieder hingehen dürfen. Und ich denke, wir müssen noch mal mit ihr reden. Mrs. Haynes. Oh, es ist du. Yes. Ich sprach mit Madison über dich. Oh, ich würde mich gegen das beinahe. 5 Minuten in ihrer Presence wird ein Jahr von deinem spirituellen Wachstum. Oh, Mann. Habt ihr wirklich deine Familie aus deiner Wille? Natürlich, ich habe es. Was ist das? Sie haben alles, was sie brauchen. Ich gebe es zu einer viel wertvollen Grund. Ich freue mich nur, ob das Jo gut gleich wieder auftaucht. Madison sieht nicht so schlecht aus. Du hast nie mit ihr lebten. Ich habe seit Jahren lebten unter einem Blut, nur dass ich es nie wusste. Die Blut haben verletzt und ich sehe... Sieh was? Mein Ziel. Ich hatte nie einen vorher. Sie konnte das nicht sehen. Sie hat alles getan, was sie konnte, um es zu zerstören. Sie hat sogar meinen Peridot genommen. Peridot. A stone. Gavin gave it to me. It promotes spiritual growth. She took it before sending me here. Like it will do her any good. Can't you get another one? This one was given to me by Gavin. It has special energy inside. It's... Irreplaceable. Oh boy. I could get your Peridot for you. You would do that? You'd brave that nest of vipers and retrieve it for me? It's hardly a nest of vipers. That's because you can't see. But if you get it for me, let's just say that helping others is the key to helping yourself. I'd like to help myself to some earplugs. Uh-huh. This Gavin. Who is he? Gavin is the one who opened my eyes. The third one. You make him sound like a prophet. Far from it. He's just a man who had his eyes opened. And he helps others do the same. He was just a signpost on my spiritual journey. More like the exit ramped your personal loony bin. Yep. I'd like to meet Gavin. You? No. No, I don't believe you're sincere. That reporter, Jeremy. I sent him on his way to Gavin and it just upset things. It upset someone, alright. Upset them enough to kill. Perhaps he wasn't ready. Perhaps he remained closed-minded. Perhaps I should have seen that. Either way, you must find your way to Gavin yourself. Unless you can prove your sincerity. Oh, boy. Improve my sincerity. How do I do that? Promote your own spiritual growth. If you don't do that, your eyes will remain forever closed. Mm-hmm. Spiritual growth. I'm the only spirit around here and it's never done me any good. Madison told me she gave you a key to her apartment. A key? No, she didn't. She told me she did. Well, she's lying. She hates me, so she wouldn't give me anything. You understand? I'm not sure I do. That's all right. Maybe you're not supposed to. Oh, boy. About the Peridot. Did you find it? Not yet. Oh, well. That witch probably threw it away. Are you sure, Madden? I told you before. She did not... She hates me, sir. Ja, ja, ja. Well, thanks for your time, Mrs. Haynes. Oh, it's been a pleasure. Stop by anytime. Okay, wie zum Kuckuck. Kriege ich jetzt den Schlüssel. Ich glaube, das ist Penelope. Yes, wir haben schon mit ihr geredet. Und was genau mit ihr? Ich verstehe. Ich meine, wir werden vermutlich jetzt einmal wieder zurückgehen. Stay where you are. Weißt du was? Können wir mal wissen. Können wir mal hoch? Ich frage mich, ob da irgendwas möglich ist für Joey. Ob die denn da drin stehen bleiben. Okay, es heißt einfach nur, wir wollen nicht weiterfahren. Okay, einfach mal kurz getestet. Ja, ich denke wirklich, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Ding dong, jetzt aus again. Oh, du bist wieder. Hi. Komm in, shut the door. What? Penelope mentioned a Peridose stone. Oh, that thing. She wore it constantly. Believed it contained some spiritual powers or something. I should throw it away. Can I have the Peridose stone? Why? Penelope would like it back. Absolutely not. That trinket just made the problem worse for her. The next time I think of it, I'm just gonna throw it away. Are you sure I can't take the Peridose off your hands? I think Penelope would really appreciate it. Did you hear what I told you? I said no. Oh, boy. Well, I better get going. Listen, I appreciate what you're doing, but please don't bother us again. We're embarrassed enough by this as it is. I'll do my best. I expect more than that. If any of this shows up in the paper, we'll deny everything. You got that? Now, Chris and I are meeting my husband for dinner. So if you'll let yourself out. Right. Sure. Okay, I have a gewissen Bezose. Ich guck einfach mal vorbei. Jetzt sind sie nicht mehr da. Cool. Doesn't look like anyone's home. Okay. Das heißt, also hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, theoretisch einfach reinzukommen. Wir brauchen nur diesen verdammten Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wie ich an den komme. Weil es nicht so ist, dass man einfach... Was will ich reden nochmal mit dir? Hast du irgendwas Relevantes? Hi again. Hello. Thanks for having to... Nope. What am I going to put a hole in? My hands? Sure. Wie ist das? I'm just trying. Aber ich hasse, wie das zum Teil nicht einfach entfernt werden kann. Manchmal geht es weg, manchmal nicht. Ja, es geht einfach nicht weg. Okay, jetzt hat er rechte Maustasse genommen. Fragt mich nicht. Wo ist der doofe Schlüssel? Welche zum Kuckuck schaffe ich es, den Schlüssel von hier zu bekommen? Weil es ist nicht so, als würde man sagen, oh, da hinten kann man einfach weiter reingehen. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie bringt, noch mit dir weiterzureden. Mrs. Haynes. Are you sure, Madison? I told you, she hates me, so... Well, oh, it's... Also ich gehe davon aus, dass sie den Schlüssel definitiv irgendwo haben wird. Yes, I'm an expert. Sonst frage ich mich immer noch, warum zum Kuckuck. Im Endeffekt vermute ich wegen dem doofen Locher. Oh, come on. Wegen dem doofen Locher. Kann man da immer noch in die Lobby. Ich habe bisher kein Schad. Schad. Würfe nicht zu schad. Okay, du sollst also nicht darauf gucken. Weg mit dir. Looks like a cleaning rotation chart. The handwriting is awful, but it looks like Penelope Haynes is due to have her room cleaned today. Room 12G, to be precise. Ta-da! Time to rob her! Okay. Ähm. Miraden, da werden wir irgendwie mit dem Jana arbeiten dürfen. Okay, gucken wir mal so ein bisschen. A locked door. An impenetrable barrier for most people, but not for me. Nothing but junk on these shelves. There's a label attached to it. It says Madison and Scott. I guess it's a key to the apartment uptown. It's just on the edge of the chair. Let's get blown. Dammit! I don't know why I did that. The key is not going anywhere now. What happened? Are we stuck? Hold on, hold on. We ain't liked yet. There's gotta be some way to fix this. No good. The rug is too thick and the key is too heavy. Ah, okay, 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 okay. So, wir sagen das mit dem. Let's see if this works. Ja, war klar. Jetzt können wir das da unten drunter durchschieben. Under the door, come on. So, äh, Pusti? The key is blocking it. There's gotta be a better way to do this. She's got the yarn. She can pull it back herself. No good. Was für ein Anfang. Hey, du kannst es wieder herziehen. Weißt du, ich würde das andere probieren. Kannst du das damit aufmachen? Not a bad idea, but this is way too small. I need something bigger. Bigger? Hier, recht, jetzt. Nope. Komm, weg damit. Okay. Also irgendwas fehlt, um diesen Schlüssel noch da drauf zu pusten. Aber er hat den Schritt ja immerhin hiermit gemacht gehabt. Ach, come on. Ich kann das näher hinpusten, aber, hm. Ist es sonst noch irgendwas anders? Ist es sonst noch irgendwas anders? Ist es sonst noch irgendwas anders? Ja, hast du auch gelesen. Ja, du kannst von da draußen ja auch nicht allzu viel mehr machen. Das sieht so offensichtlich aus, aber dieser letzte Schritt, muss ich da irgendwie, ich würde schon fast sagen, Kleber ranmachen oder sowas, aber halt. Ich frage mich, ob man das von Anfang an hätte andersrum machen müssen. Aber jetzt muss es ja irgendwie trotzdem... Sie hat das Yarn, sie... Nicht gut. Ach, great. Und wir wollen mal testen, wenn ich rein und raus gehe. Nope, das Ding wird auch nicht zurückgesetzt. Cool. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal dürfen wir herausfinden, wie zum Guck das hier tatsächlich funktionieren soll. Denn bisher wirkt es wirklich so, als hätte man das erst so durchschieben müssen, richtig an die Stelle pusten und dann runterschubsen. Was jetzt natürlich logischerweise nicht mehr möglich ist. Okay, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.